Mein Name ist Fabian, ich komme aus Düsseldorf, ich arbeite als Model und ich bin heute bei Köherr, um eine Haarpigmentierung durchführen zu lassen. Ja, seit einigen Jahren habe ich das Problem, dass ich unter Haarverlust leide und das ist natürlich auch für meinen Beruf nicht optimal. Ja, wie bin ich auf das Thema Haarpigmentierung gekommen und zwar in Amerika ist das ein extrem großer Hype, sehr viele Menschen lassen das dort machen. Ich habe mich dann informiert, wer das in Deutschland anbietet, man macht sich auf die Suche und da bin ich auf Köherr gestoßen, die das anbieten mit Haarpigmentierung. Ja, was erhoffe ich mir aus dieser Haarpigmentierung, aus der Behandlung bei Köherr und zwar, dass die Haarlinie wieder annähernd so wird, wie es vielleicht damals war. Es soll sehr natürlich ausschauen. Musik 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 Neun Wochen später, drei Behandlungen später, die Haarpigmentierung ist fertig und ich bin absolut zufrieden. Ich bin überglücklich hier bei Köher das gemacht haben zu lassen und das Ergebnis ist absolut zufriedenstellend. Ja, die Behandlung besteht aus drei Sitzungen, drei bis sechs Stunden. Man kommt morgens hier an und dann geht es quasi direkt los. Man arbeitet sich quasi von der ersten bis zur letzten Sitzung vom Groben ins Feine, wo die Optik immer mehr verdichtet wird, die Farbe wird angepasst, die Nadelgröße, die verändert sich, je nachdem wie sich das Bild entwickelt. Im ersten Schritt wird die Haarlinie gezeichnet. Das dauert einige Zeit, da nimmt der Moritz sich immer sehr viel Zeit, bis es wirklich perfekt ist. Weil im ersten Schritt geht man ja erstmal so vor, dass man vielleicht seinen eigenen Wunsch äußert, man hat seine eigene Vorstellung. In meinem Fall war es so, dass ich mich auch natürlich auf die Erfahrung von dem Haarpigmentierer verlassen habe und der mir einige Tipps gegeben hat, was man vielleicht nicht machen sollte, wo man vorher vielleicht gedacht hat, boah, das könnte vielleicht gut aussehen. Wenn du dich für Haarpigmentierungen interessierst und du das Gefühl hast, du willst das machen, kontaktier, köh her. Ich kann es absolut empfehlen. Die Pigmentierer sind der absolute Hammer. Du wirst sehr, sehr gut betreut. Alle deine Fragen werden hier beantwortet. Man nimmt sich Zeit für dich und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß damit.